Aber zurück zur Kopenhagener Umweltschutzkonferenz, zum Kopenhagener Klimagipfel. Jene Umweltschützer, die im Scheinwerferlicht in vorderster Reihe gegen den angeblichen Klimawandel auf den Straßen stehen, sind oftmals selbst die größten Umweltschweinchen, wenn die Kameras abgeschaltet sind. Ein Blick hinter die Kulissen einiger Stars der Umweltschutzbewegung. Was haben denn John Travolta, Harrison Ford, Jennifer Aniston, Tom Cruise, David Cameron und die Musiker um Sting und U2 gemeinsam? Sie treten stets für den Umweltschutz ein, sind stets dafür, dass Treibhausgase reduziert werden, sind allesamt selbst Privatflieger und besitzen zwischen einem und zehn Privatflugzeuge, mit denen sie um die Welt jetten. Nun, diejenigen, die von uns mehr Beachtung der Umwelt einfordern und Treibhausgase zu reduzieren, wie beispielsweise der amerikanische Präsident Obama. Was hat Obama gleich als eine seiner ersten Amtshandlungen gemacht? Er hat ins Weiße Haus aus St. Louis seinen Lieblingspizzabäcker für seine Kinder einfliegen lassen, die seinen Kindern eine Pizza backen sollten. Ganz toll, Herr Präsident! Nun, dann trafen also diese vielen Umweltschutzaktivisten zum Umweltgipfel in Kopenhagen zusammen, um die Treibhausgase zu reduzieren. Was die Medien ihnen dort verschwiegen haben, die Exzellenzen reisten in 140 Privatflugzeugen an. Es standen 1200 Luxuslimousinen für sie bereit. Und mit Kühl-LKWs wurde aus Russland der Kaviar herangekarrt. Insgesamt gab es 16.500 Teilnehmer bei diesem Gipfeltreffen, die aus 192 Staaten der Welt eingeflogen wurden. Sie hatten allein mit ihrer Anreise 41.000 Tonnen Treibhausgase produziert, um daran zu appellieren, dass wir die Treibhausgase reduzieren sollen. Das, was sie da produziert hatten, allein bei ihrer Anreise, das entspricht der Menge an Treibhausgasen, die an schädlichen Emissionen pro Jahr in ganz Marokko erzeugt wird. Und für die Vernetzung dieser Menschen am Kopenhagener Konferenzort wurden 900 Kilometer Computerkabel verlegt. Und die Konferenz selbst verbrauchte mit Vor- und Nachbereitung so viel Energie, wie die 30 ärmsten Staaten der Welt in einem ganzen Jahr zusammen. Schauen wir uns einmal einen der Teilnehmer genauer an. Einer derjenigen, die diese Veranstaltung zumindest gesponsert hat. Einer der ganz großen Umweltschutzaktivisten auf der Welt ist der freundliche Diktator, das im Südosten der arabischen Halbinsel gelegenen Sultanats Oman, Sultan Qabuz bin Said. Seit 1991 schon gibt es den Sultan Qabuz Umweltpreis für Umweltschutz. Es ist immerhin die UNESCO, die den begehrtesten Preis verleiht. Sultan Qabuz ist in der arabisch-asiatischen Welt das, was Al Gore und Prinz Charles in westlichen Ländern beim Umweltschutz sind. Ein angeblicher Umweltaktivist. Nun ist Sultan Qabuz aber einer der größten Umweltverschmutzer der Welt. Seine 155 Meter lange Privatjacht Allzeit, eine der größten Privatjachten dieser Welt, schippert ständig ohne viele Passagiere über die Meere und wartet darauf, dass seine Exzellenz mal Seeluft schnuppern wollen. Sultan Qabuz, der an der britischen Militärakademie Sandhurst studierte, lässt sich auch schon seit mehr als fünf Jahren Tag für Tag ein frisches Lamm von einem schottischen Bauernhof an seinen königlichen Hof im omanischen Maskat einfliegen, also bis auf die arabische Halbinsel, an Bord eines Privatflugzeugs. Mehr als 100 Tonnen CO2 werden so am Tag in die Atmosphäre geblasen. Und Sultan Qabuz, ein Muslim, ist Eigentümer einer Gaststätte nahe Garmisch-Partenkirchen, also in Deutschland. Dorthin fliegt der Muslim aus dem fernen Oman, wenn er mal in Ruhe mit seinen alten Freunden von der britischen Rheinarmee, bei der er ja ausgebildet wurde, ein Bierchen trinken möchte. Das ist eine wahrlich weite Strecke für ein Bierchen. Mit Umweltschutz hat das alles nichts zu tun, aber nach ihm ist einer der renommiertesten Umweltschutzpreise benannt. So etwas berichten deutsche Qualitätsmedien selbstverständlich aus Gründen der politischen Korrektheit nicht. Eines haben unsere sogenannten Umweltfreunde am Ende ihres Treffens in Kopenhagen also ganz sicher erreicht. Sie haben eine kaum vorstellbare Menge an neuen Treibhausgasen produziert. Dumm nur, dass kurz vor dem Kopenhagener Umweltgipfel Ende 2009 mehr als 1000 E-Mails von Wissenschaftlern auftauchten, in denen diese sich gegenseitig schrieben, wie sie Klimadaten verfälschen, damit es in das propagierte Klimawandelbild hineinpasst. Der Watergate-Skandal brachte Richard Nixon zu Fall. Monica Gate mit Monica Lewinsky zerstörte die Glaubwürdigkeit Bill Clintons und dann kam also Klimagate. Der Verdacht, dass der menschengemachte Klimawandel nicht mehr ist, als nur eine Verschwörung unter Klimaforschern. Am 17. November 2009 verschafften sich Hacker Zugang zu einem Server der Universität East Anglia im britischen Norwich. Die Hacker kopierten etwa 1000 Mails und 3000 Dokumente von mehr als 20 Klimaforschern und stellten sie einfach ins Internet. Bis ins Jahr 1996 reichten diese Datensätze, die kopiert wurden, zurück. Es war der vertraulichste Schriftverkehr über die wissenschaftliche Arbeit und den Umgang mit Klimakritikern. Dabei kam heraus, die Wissenschaftler haben viele Daten vernichtet. Die Wissenschaftler haben Meinungen von Skeptikern des Klimawandels systematisch unterdrückt und nur so gearbeitet, dass die Geschichte vom angeblichen Klimawandel immer wieder aufs Neue bestätigt wurde. Die Mails waren zweifellos echt. Die Wissenschaftler haben das binnen weniger Tage dann auch bestätigt. Dennoch schreibt das ehemalige Nachrichtenmagazin Spiegel allen Ernstes zehn Tage später, am 3. Dezember 2009, als das Ausmaß schon lange klar zu erkennen war, Zitat Tatsächlich aber ist in dem gewaltigen Datensatz kein einziger Hinweis auf eine systematische Manipulation von Forschungsergebnissen aufgetaucht. Zitat Ende Wir blenden das hier kurz ein. Wirklich interessant, wie das ehemalige Nachrichtenmagazin zu dieser Aussage kommt. Denn da war schon seit Tagen klar, dass die Wissenschaftler Forschungsunterlagen mit den Daten der letzten 150 Jahre sogar vernichtet hatten. Zitat einer Veröffentlichung vom 1. Dezember 2009, also vor der Abfassung des Spiegelartikels. Ich zitiere Die Wissenschaftler der Climate Research Unit CRU haben einen großen Teil der originalen Temperaturaufzeichnungen, auf denen ihre Berechnungen der Erdtemperatur der letzten 150 Jahre beruhen, vernichtet. Zitat Ende Hier eingeblendet Gehen wir einfach einmal weit weg vom westlichen Klimaschutz und den Journalisten und schauen wir einfach einmal nach Moskau. Dort berichten die größten Zeitungen des Landes seit einigen Monaten genau das Gegenteil von dem, was deutsche Medien derzeit berichten. Auf die Welt kommt demnach eine neue Eiszeit zu. Nun werden Sie vielleicht lachen. Eine neue Eiszeit? Aber. Die Weltöffentlichkeit diskutiert über die Folgen der globalen Erwärmung. In den 70er Jahren hatten wir schon mal eine intensive Debatte über die Zukunft des Weltklimas. Damals warnten uns die Wissenschaftler allerdings vor genau dem Gegenteil von dem, wovor sie heute in Deutschland waren. Damals warnten sie vor einer neuen Eiszeit. In den 70er Jahren nochmals warnten die Wissenschaftler in deutschen Medien vor einer neuen Eiszeit. So wie heute wieder die russischen Medien. Erinnert sich noch jemand von Ihnen daran? In den 70er Jahren war sich die Mehrheit der zuständigen Wissenschaftler gemeinsam mit den Medien darin einig, dass wir vor einer neuen Eiszeit stehen, weil die globalen Temperaturen zuvor gesunken waren. Was aus der Rückschau von heute besonders auffällt? Die erwarteten Folgen glichen genau denen, die heute im Zusammenhang mit der Erderwärmung diskutiert werden, wie ein Ei dem anderen. Unbewohnbarkeit der Erde, Extremereignisse, Hurricanes, Dürren, Fluten, Hungerkrisen und andere Katastrophen. Die CIA erwartete schon damals Klimakriege. Auch machte man den Menschen verantwortlich für den sich abzeichnenden Klimawandel hin zur Kälte. Amerikanische Journalisten beschrieben die Kälte im Osten des Landes als Vorgeschmack auf die, Zitat, nächste Eiszeit. Zitat Ende. Frost bis minus 50 Grad und Schnee bis sechs Meter Höhe verwandelten große Teile der Vereinigten Staaten angeblich in eine Jahrhunderte währende Polarlandschaft. Eines steht schon fest. Es wird seit 30 Jahren in der Realität auf der Erde kälter. Seit 1940 ist die globale Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad gesunken. So sagte man in den 70er Jahren. Weite Gebiete Kanadas, die einst im Sommer stets eisfrei waren, sind heute, gemeint, waren die 70er Jahre, das ganze Jahr hindurch kristallbedeckt. Und so weiter. Die Wirtschaftswoche hat beispielsweise im Mai 1974 groß über die Hinwendung zu einer neuen Eiszeit berichtet. Spätestens seit 1960 wächst bei den Meteorologen und Klimaforschern die Überzeugung, dass irgendetwas faul ist im System des Wetters. Einer der Vorreiter des heutigen Klimawandels, der auch das Waldsterben zum Horrorszenario mutieren ließ, das war das Nachrichtenmagazin Spiegel. Noch 1974 hat auch der Spiegel die Panik vor einer neuen Eiszeit geschürt. Die Chancen für eine rasche Rückkehr des günstigen Klimas etwa der 30er Jahre, so taxierte der US-Wetterforscher James McQuick, stünden, Zitat aus dem Spiegel, vom 12. August 1974, bestenfalls 1 zu 10.000. Zitat Ende. Nochmals. Erst waren also deutsche Qualitätsmedien in den 70er Jahren vor einer neuen Eiszeit. Endzeitstimmung. Hu 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 hu. Dann waren deutsche Medien vor einem Waldsterben. Keine Bäume mehr. Hu 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 hu. Von Mitte der 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre kam dieses Waldsterben. Seither kommt als nächstes das Horrorszenario Erderwärmung. Hu 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 hu. Und jetzt fangen die Medien wieder an, teilweise zumindest, und schreiben so wie die Pravda, wie russische Zeitungen, vielleicht kommt ja doch eine neue Eiszeit auf uns zu. Wird sich unser Planet abkühlen, schreibt beispielsweise etwa der Fokus auch schon wieder. Ich lege jetzt Wert auf die Feststellung, dass es gut und richtig ist, die Umwelt zu schützen. Aber die Panik, die deutsche Medien immer wieder in nachrichtenarmer Zeit schüren, die erinnert mich stark an die Mär vom angeblichen Waldsterben, das dann so nie eingetreten ist. Gehen wir einmal zu einem anderen Thema, um die heuchlerische Umweltschutzbewegung zu entlarven, der Qualitätsjournalisten bereitwillig folgen. Nehmen wir einmal Windräder. Die sind ja angeblich total umweltfreundlich. Na prima, meine Damen und Herren, schauen wir uns diese Windräder im Bild einfach einmal ganz in Ruhe etwas genauer an. Total saubere Energie? Denken Sie das? Klasse, nicht wahr? Ja? Schauen Sie noch einmal ganz genau hin und fragen Sie sich einmal, wie steht denn eigentlich so ein Windrad? Wird das einfach so auf die Erde aufgesetzt? Oder hat so ein Windrad vielleicht unten ein paar Schräubchen im Boden? Oder vielleicht ein paar Heringe, wie bei einem Zelt? Die Wahrheit lautet, bis zu 10.000 Tonnen Stahlbeton werden Windrad für Windrad meistens nachts als Fundament dafür in die Umwelt gekippt. Hier sieht man es im Bild. Und dann kommt schnell Erde oder Rollrasen drüber, damit alles wieder schön sauber von oben aussieht. Rund 23.000 Windräder haben wir derzeit in Deutschland. Gruß an die nachfolgende Generation. Die kann dann den Stahlbeton nämlich an zehntausenden Stellen mit jeweils 10.000 Tonnen wieder aus der Erde buddeln und irgendwie entsorgen. Ist Windenergie wirklich so sauber, wie es auf den ersten Blick scheint? Fühlen Sie sich wirklich, wenn Sie sich diese gigantischen Betonklötze, die ja meistens auch noch in Umweltschutzgebieten stehen, fühlen Sie sich wirklich neutral und objektiv von den Medien darüber informiert? Haben Sie das gewusst, worauf diese Windräder eigentlich stehen? Nun kosten angebliche Qualitätsmedien ja immerhin Geld. Für ihre angebliche journalistische Leistung lassen Sie sich jedenfalls vom Bürger bezahlen. Schließlich müssen Sie ja Ihre angeblichen Qualitätsjournalisten auch bezahlen. Schauen wir uns einmal einige Berichte von angeblichen Qualitätsjournalisten etwas näher an. Der Spiegel, ich meine also das ehemalige Nachrichtenmagazin, also jene, die auch beim angeblichen Waldsterben Schlagzeilen von angeblichen Waldfriedhöfen herbeisuggeriert haben, der Spiegel wirbt häufig mit der Schlagzeile, Spiegel, Leser wissen mehr. Aha! Schauen wir also einmal etwas genauer hin. Was entdecken wir da? Wir entdecken als erstes die Weisheit, nicht überall dort, wo Spiegel draufsteht, ist auch Spiegel drin. Wo ist der Spiegel drin? Vielen Dank.